Die Mission First Recon. Am besten startet ihr beim Landepunkt Charlie 1. Von dort aus kämpft ihr euch nach vorne bis zur Baustelle. Dann bahnt ihr euch den Weg Richtung Einkaufszenter. Vom Einkaufszenter bahnt ihr euch dann den Weg zu eurem letzten Stopp, der Tankstelle. Habt ihr alle drei Punkte erfolgreich erkundet, könnt ihr über den noch nicht entdeckten Charlie 3 oder den bereits bekannten Charlie 2 Flugpunkt wieder zurück zur Base fliegen. Viel Spaß und Erfolg in Greyzone. Euer Küni. Bis zum nächsten Mal.